Dass Kärntner Gemeinden immer wieder mit illegalen Bauten oder zweckwidriger Nutzung zu kämpfen haben, beweist nicht nur der aktuelle Fall rund um Luxusapartments am Wörthersee. Nicht weit entfernt, in einem Waldstück nahe der Süduferstraße, wurde schon vor Jahren ein Kraftplatz, so wird die Örtlichkeit genannt, errichtet. Konkret handelt es sich um einen Gebetstempel samt Kloanlage und mehreren weiteren kleinen Hütten-ähnlichen Bauten. Offenbar alles ohne Genehmigung der Behörde errichtet, denn gewidmet ist das besagte Grundstück als Grünland für Land- und Forstwirtschaft. Es gibt für diese Baustätte keine Genehmigung, aber einen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft, das nach dem naturschutzrechtlichen Bescheid der Urzustand im Wald hergestellt werden muss. Genehmigt ist von Seiten des Amtes jedenfalls nichts, heißt es seitens Feldens Bürgermeister Ferdinand Fauck. Genutzt werden die Städten von einem Verein als Seminar und Veranstaltungsräume für Spirituelles, wie auf der Website erklärt wird, und auch ein Lokalaugenschein bestätigt. Nun muss die Gemeinde als Baubehörde erster Instanz tätig werden, wie Günter Walland, Präsident des Kärntner Gemeindebundes, ausführt. Ob zweckwidrige Nutzung oder illegale Bauten, die Gemeinden sind dazu verpflichtet, dem nachzugehen. Anderenfalls handele es sich um Amtsmissbrauch. Als letztes Mittel stellt die Behörde in solchen Fällen Abrissbescheide aus und exekutiert diese im Ernstfall auch. Der Vereinsobmann und Betreiber des Kraftplatzes war auf Anfrage nicht erreichbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017